So, und herzlich willkommen zum neuen Teil Let's Play Mini-Linears. Ähm, ja, ich würde sagen, machen wir einfach weiter. So, jetzt frage ich mich natürlich so als, äh, Unwissner, hätte ich beinahe gesagt. Gibt's hier? Nein. Okay, in diesem Teil gibt's schon mal keinen neuen Zauber. Boah, das ruckelt. Frames von elf, das geht gar nicht. Und mein gefiederter Freund ist wieder da. Ah ja, Ninja. Sehr gut. Gut, dass du hier bist, junger Freund. Das Tal wurde vor einigen Tagen überflutet. Das liegt in den Stürmen in den Bergen, weißt du? Ich habe in meinem Leben noch keine solchen Stürme gesehen. Und ich bin schon ziemlich alt. Aber es kommt noch schlimmer. Da unten schwimmt ein riesiger Koi herum. Ich wollte im Tempel nach meinem Onkel sehen. Aber sobald ich dem Wasser zu nahe komme, pie sagt mich der Koi. Weißt du was? Wenn du im Tempel nach meinem Onkel siehst, borge ich dir meine robuste Angel. Mit ihr kannst du diesen miesepetrigen Koi sicher fangen. Wir versuchen den Onkel. Okay. Dann werde ich ein Bild suchen. Ja, ich hoffe mal, dass es für euch nicht so ruckelt. Sondern nur für mich so, weil... Es ist doch recht mies, muss man sagen. Darf man sagen. So, wo darf ich denn jetzt lang? Da. Oh, ich sehe den Koi schon. Genau auf der Spitze vom Fall. Weil... Okay. Mal gucken, was passiert mir nicht. Einfach so ins Wasser gehen. Ist er doch, oder? Egal. Oba ich den hier gar nicht so groß finde, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, ich werde gleich mal angeln gehen, weil... Also jetzt nicht nur wegen diesem doofen Koi da. Sondern weil ich... Glaube, dann... Wieso unten? Ich glaube, dann kriege ich sozusagen... Ja. Aber so gut gemacht. So. Da. Ja. Oh, er kommt ran. Und was mache ich jetzt? Sushi! Genau das hab ich mir gedacht. Jetzt kriege ich nämlich so einen Snack für die ganze Zeit. Ich habe nur gesagt, ähm... Und damit hätte ich mein Essen Lebensproblem für kurze Zeit auf jeden Fall. Gelös! Oder wie auch immer. So, den da hinten noch. doch ich glaube ich sollte andere werden ich bin nicht guter dann aber auch noch welche zwei sogar und es hat nicht gehen okay so darin war aber noch ein so und dann schon noch weiter ich meine die Buchstaben und in Japan was mich nur wundert ich hab Fisch gefangen und der gleich reißt aber er die Algen ich persönlich mag das Zeug nicht ich bin doch die Bezüge ich hab's früher mal gegessen ausprobiert das war vorne aber es ist eben nicht mein Geschmack jeder zu sein ich nenne es jetzt mal ganz böse Macken so junge Ninja mein Neffe hat dich also geschickt um nach mir zu sehen ja kann ich dir sonst um Rezepte Rezepte Waffen will ich Rezepte haben Rülpstrang irgendwie verlockt mich der Nabeschow oder so ja ich hol mir jetzt einfach mal den Rülpstrang F2 waren Waffen alles Gute auf deinen Reisen Ninja Ninja so dann brauche ich den alten Sack hier nochmal aus und und so ich noch was bei ihm nö vertreibend nö 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 und kommen wir nicht und das war vielleicht mit die Ziele überlastet ist ich hoffe mal nein das ist ja das wäre traurig so ein großer dicker Keufreund mal gucken was passiert wenn ich dich hier mit ich war so zu schulmen an was gespacht ich habe eigentlich abgesagt ich bin ruhig ich hätte nicht absagen ablassen loslassen ein geist neuer die du hast meinen Onkel gefunden die Köln lauert in der Nähe des Ufers sei vorsichtig ich ich werde auf jeden Fall erst mal hier die normalen Kreuz für Sushi holen gehört nun mal auch dazu aber wenn ich mir angucke wo drin ich hier sitze dann müsste ich doch als Typ der Angst haben will es so aus wie es so zu der Schale und Prozent ich so als Fisch ich würde da immer einmal ich glaube dann bricht das vorliegen machen Okay, bevor ich dich weiter... So viel war geil gemacht... Wiii... oder auch nicht... Seitdem ich hier bin... Ja... und schau dir ab... Guck mal, ich muss sogar fliegen, weil wenn man sich anguckt, wo ich bin... Oh... oh cool... Eine Stunde... Komm schon... Das ist meine Vorspeise... Und Hauptgang... Warte nein, der holt mich dann... Hey... Schweinerei... Keuze seinen Startpunkt zurückgekehrt... Schwein... Ah, oh... Das sieht immer böse aus... Aber frag mich nicht warum, aber ich glaube... Da geht zum Schloss... So, auf meine Uhr sind es noch zwei Minuten... Vielleicht drei... An sich nicht so schlecht, wenn ich früher aufhör... Da ich gerade hier so einen schönen Sidepoint habe... Und ich das dadurch natürlich auch schneller updaten kann... Mit sich oder so vendern... Ähm... Joa... Blablabla lob, blablabla lob... Abonniert mich, sagt mir meine Fehler... Das verbessern, blablabla lob... Viel Spaß... Wir sehen uns beim nächsten Let's Play... Mini-Nin-Jahr... Ich sch rappe auf die Lücke...